Also der frisst uns trotzdem, das ist nicht gut. Ja, unsere Zahl ist noch groß genug, ich denke mal, das liegt doch hauptsächlich an den Tattepons, die hier einiges an Schaden wegstecken. Also ein wenig Geschlauch zieht ja wenigstens schon aus. Chaka chaka pata pon. Chaka chaka pata pon. Oh! Oh? The fuck? Das war's schon? Wieso war das denn jetzt immer so schwer für uns? Haben wir uns wohl zu wenig verteidigt. Ja, gute Arbeit, muss ich sagen. Also gute Leiter hilft scheinbar doch. Gut, hatten wir wieder eine Mission abgeschlossen. Auf zur nächsten. Okay, du alter Wächter, gebraucht eine Zahl in 6 Minuten 15, das ist ja verdammt lange. Katsching 15, dann geht's noch mit den Mützen 2, verloren mit 0. Superzähler, Kapp von Dodonga. Ja, das kann sich doch sehen lassen, oder? Jeder Paterpon, der im Kampf fällt, lasst deine Mutze fallen. Bring die Mütze her, um den Paterpon im Lebensbau Marta wieder zu erwecken. Werden sie nicht mitnimmst, ist der Paterpon auf ewig verloren. Vorsicht, die Handklinge verschlägen die Paterpons ganz. Auch die Mütze. Ach du Scheiße. Großer Kamipon, wir müssten die Wüste der Klagen durchqueren. Der Gegend danach wird Regen fallen und diesen fruchtbaren Ort belehnt. Wunder sind das Werk der Götter. Fürs Kamipon, sicher wirst du uns Regen bringen. Keine Welt, mein möchtiger Kamipon. Ja, Kamipon, du bist der Größte. Preise für's Kamipon. Wir haben das auch, du bleibst unseren größten, größten Kamipon. Wir sagen also, wachen die Ältesten über die Götterlichen alten Plakten von Zodonga. Fürs Kamipon, Lüfte des Geheimnisses des Wunders auf der Patata-Ebene. Okay, das werden wir auch bald machen. Aber, wir haben hier noch jemanden wiederzubelegen. Ja, wir können wir nicht machen. Ja, ich möchte auch gerne Unipads haben. Und was brauchen wir dazu nochmal? Vieh, nee, kein Fleisch. Was waren das nochmal? Ein Ast und ein Stein, oder? Ja, ein Stein. Huh, woher kommen wir denn Stein her? Wollte ich gerne mal wissen. Okay, äh, Durchquerung der... Stufe 2. Steigere deine Kräfte in Schnee. Ne, das machen wir ein andermal. Durchquerung der Rüste. Wiedergeboren 2, verdammt. Aber okay. Das geht ja noch. Haben die jetzt wieder die gewohnten Waffen? Ich denke, ja, ich hoffe es zumindest. Go! Ruhen wir uns für morgen aus. Das hatte ich auch langsam mal machen. Aber noch nicht. Noch ist es zu gut. Patta pata pata punm. Patta pata pata punm. Tja, hast du wohl Pech gehabt. Ja, die hießen ja Zicketons, hatte ich schon wieder vergessen. Das ist wenigstens mal ein bisschen Tempo, ah hier gibt es diese Viecher auch, die Langsinn will nicht haben. Ponda, 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 Ponda. Ponda, 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 Ponda. Ponda, Ponda, Ponda. Ta-da-ta, Ponda. Pata 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 Pon Verdammt Patsa 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 Pum Pum... Pum... Patsa Pum Pum... Patsa Pum Verbrennt euch nicht WTF Pata Patata Pum Pata Pata Patsa Pum Pata... Pata Pum Okay, also während dieser Hitze können wir um... Achso, nee, wegen des Felsen können wir es nicht ordentlich fattig geben. Ich verstehe. Pum, Pum, Pata... Ach du Scheiße. Pata, 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 Pum. Pata, 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 Pum. Jetzt werden wir von Naturphänomenen umgebracht, oh Gott. Geht weg hier. Geht verdammt nochmal weg hier, ihr Vollidioten. Pata, 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 Pum. Okay, ich würde sagen, das ist Game Over für uns, weil die zu dumm zum Scheißen sind. Wieder mal. Junge! Pata, 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 Pum. Pata, 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 Pum. Pata, 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 Pum. Pata, 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 Pum. Pum, 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 Pum. Ja, das war's dann auch mit unseren Truppen. Ach du Scheiße. Ja, so viel dazu. Nicht gerade ideal. Nee, verpiss dich. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Fick dich. Fick dich. Ich will nicht zu dem. Ich will nicht zu dir. Ich mag dich nicht. Ich will dich nicht töten. Eigenhändig. Verpiss. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Fick. Ich töte den Typ. Wir brauchen kein Packer. Also kein Pan. Oh Gott. Der Typ raubt mir noch den letzten Nerv. Schlimm. Na gut. Das war's aber auch schon für die Aufnahme. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte den jedenfalls. Schade, dass es dann so enden musste. Aber was soll's. Ist ja immerhin nur ein Spiel. Okay, danke für eure Aufmerksamkeit. Und danke, dass ihr mir zugesehen habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.